Herzlich willkommen in der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe und zu unserem Wordrap mit Tanja Allaberger. Hi Tanja. Hallo. Es geht auch schon los, dein Wordrap beginnt mit Diversität. Diversität bedeutet Vielfalt, Vielfältigkeit. Und was ist dein Zugang zu dem Thema? Mein Zugang ist, dass Vielfältigkeit, dass Diversität ein wichtiges Thema ist, weil wir in einer diversen, also vielfältigen Gesellschaft leben. Und was bedeutet Diversität in Gruppen? Wir leben auch in Gruppen. Diversität wird dann spannend, wenn ich es mit mehreren Menschen zu tun habe, die unterschiedliche Hintergründe haben. Was ist dann die Herausforderung? Genau das eben, dass wir diese unterschiedlichen Zugänge, dass wir da zusammenkommen. Und was ist die Chance? Die Chance daran ist, dass diese Vielfalt auch uns weiterbringt, dass diese Vielfalt bedeutet, dass wir voneinander lernen können und so gemeinsam Ziele erreichen können. Vielen Dank, Tanja. Danke. Tanjas Kurs bei der Akademie heißt Diversität in Gruppen von der Herausforderung zur Chance und kann ab sofort Aus Poker mehr als Durchlauern. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020